Carsharing. Das bedeutet, dass sich viele Menschen wenige Fahrzeuge teilen. Das liegt voll im Trend der Zeit, funktioniert gut in Städten und hat viele Vorteile. Denn es ist sinnvoll, günstig und gut für die Umwelt. Firmen würden von diesen Vorteilen natürlich auch gerne profitieren. Oft liegen sie allerdings nicht im Einzugsgebiet des Carsharing. Bei langen Fahrten ist es zu teuer und die Fahrzeuge sind nicht lange genug im Voraus buchbar. Diese Planungssicherheit braucht man jedoch im Geschäftsleben. Firmen benötigen daher ein eigenes System. Die Lösung heißt Corporate Carsharing. Mit Fleetster haben wir eine Software entwickelt, mit der Unternehmen alle Vorteile des Carsharing für sich nutzbar machen können. Denn mit Fleetster verwalten Unternehmen ihren eigenen Fahrzeugpool. Und das vom Fahrrad bis zum LKW. Mitarbeiter buchen die Fahrzeuge ganz bequem über den PC oder das Smartphone. Die Schlüssel können vom Empfang oder mit einem vollautomatischen Schlüsselschrank verwaltet werden. Mit Hilfe eines RFID-Chips können die Fahrzeuge auch schlüssellos geöffnet werden. Fleetster bietet noch weitere Vorteile. Denn mit Corporate Carsharing brauchen Firmen viel weniger Mietwagen, Taxen und Privatwagen für Dienstfahrten. Mit Fleetster sieht man immer, welche Fahrzeuge verfügbar sind und kann heute schon E-Fahrzeuge sinnvoll in den Fuhrpark integrieren. Unternehmen können ihren Mitarbeitern die Fahrzeuge am Feierabend und am Wochenende für Privatfahrten zur Verfügung stellen. Und das für wenig Geld. Aber das Beste ist, dass durch die intelligenten Buchungen mit Fleetster weniger Fahrzeuge im Unternehmen benötigt werden. So können viele Mitarbeiter wenige Autos effizient nutzen und bleiben gleichermaßen mobil. Mit Fleetster können Firmen von allen Vorteilen des Carsharing profitieren. Fleetster. Corporate Carsharing auf hohem Niveau. www. Untertitelung des ZDF, 2020